Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei eurem MH26105 und ich danke schön, dass ihr vielmals was einschaltet. Heute kommt mal eine weitere Kanalvorstellung, morgen ein Interview oder übermorgen. Heute wird der Joey HD vorgestellt, er macht hauptsächlich auf seinem Kanal Tutorials und Let's Plays, hat zur Zeit 25 Abonnenten. Wenn ihr an diesem Projekt teilnehmen möchtet und ihr euren Kanal präsentiert haben möchtet, dann fülle doch dieses Formular aus, ihr braucht nur den Kanalname, den Kanallink, wie viele Abonnenten du hast, welche Genre du auf dem Kanal machst, wie du promotet werden möchtest und wie dir das Projekt gefällt oder du es weiterempfehlen würdest auszufüllen und dann seid ihr direkt dabei. So, gehen wir jetzt mal los zum Joey HD, tun wir mal seinen Banner an. Das Banner ist eigentlich ganz in Ordnung, der Sackhudel macht ja natürlich dick Werbung unten für sich. Kann man ein bisschen kleiner machen, finde ich. Also Werbung ist nichts Schlimmes, aber das ist so dick fett. Und ich finde es nicht schlecht, ich finde es echt nicht schlecht, aber der blaue Strich über dem Sackhudel weiß ich nicht, was der da ganz zu suchen hat. Aber so ist es eigentlich ganz in Ordnung, gefällt mir sehr gut. Und das Avatar-Bild passt natürlich gar nicht, das ist von Face Your Manga irgendwie so ein selbst erstelltes Ding. Muss auf jeden Fall geändert werden, das ist der letzte Müll. Also ich mag das gar nicht. Hatte ich auch mal, aber ich war davon nicht überzeugt und habe es dann direkt wieder geändert. So, lesen wir uns die Kanalbeschreibung durch. Hey alle, ich habe vor, ein Special zu machen, äh zu reisen. Ein 10-Abo-Special sagt mir dazu, was ich für einen Let's Play Talk oder Shit machen soll. BB, der Joey HD. Okay, 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 okay. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, was du mit dem Satz aussagen möchtest, irgendwas mit einem Special, ähm, du solltest auf jeden Fall an deiner Rechtschreibung arbeiten. Du hast sehr viele Rechtschreibfehler in deinem, ähm, in deiner Kanal-Info. Ähm, was in der Kanal-Info stehen sollte, sollte eigentlich sowas stehen wie ein bisschen was über dich, ähm, was du es auf dem Kanal machst, wie du zu YouTube gekommen bist und was du momentan für Projekte hast. Äh, des Weiteren empfehle ich dir einen Upload-Plan zu machen mit einem Google-Dokument, wo du genau siehst, ähm, was wann abgeloadet wird. Und du solltest dir auf jeden Fall ein Twitter, ein Facebook, ähm, was weiß ich, ein Twitch- und Hitbox-Account machen mit deinem Namen, bevor er geklaut wird. Und wahrscheinlich spielt er jetzt einer Battlefield 4, alles klar. Ähm, auf jeden Fall solltest du dir da auf jeden Fall mal, auf jeden Fall, 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 13.000 auf jeden Fall gesagt, die Missgeburt. Ähm, du solltest dir ein Hitbox-Twitch-Account und Twitter und so weiter erstellen, damit dir der Name gesichert ist. Und ändere auf jeden Fall mal deine Kanal-Info, äh, mach da was über deinen Kanal, wie du zu YouTube gekommen bist, wie, was du auf dem Kanal machst und so weiter. Schauen wir mal hier ein Video an, wo ich dabei war. Und es geht direkt los. Werbe, willkommen hoch. So, hey Leute, was geht der Jewish Camp Start? Und, ja, mittlerweile mein drittes Let's Play zu TTT Trouble in Terrorist Town. Und, ähm, natürlich spiele ich nicht alleine. Ich habe noch einen aus meinem, äh, Klar dabei. Auch ein YouTuber. Dann sage ich mir ständig mal vor. Mein Name ist mh2605, alias Mike, und ich mache auf meinem Kanal Let's Play. Ja, ihr habt ihn gehört. Äh, genau. Ja, Mike und ich, wir spielen heute eine, äh, lockere Runde TTT. Ich wurde einfach umgebracht von The Fox. Du wurdest schon umgebracht? Ja. Warum? Das ist random-Killing. Ja, ohne Grund. Du kannst, ähm, Ausrufzeichen RDM, glaube ich, schreiben, und dann kannst du den reporten. Oh, leu, ich habe angeschossen, irgendwo. Ach, scheiß drauf, Alter. Ja, genau, also... Wolltest du sagen, wer Traitor ist? Ich bin Traitor. Ich seh das. Ja, du warst auch Traitor. Ich bin auch Traitor. Das sehe ich gerade. Warte, oh, warte, ich kaufe mir eine Jihad-Bombe. Das habe ich bis jetzt hier in jeder meiner Episoden gemacht. Ich habe mir eine Jihad-Bombe gekauft. Nanananananananananananana! Das mache ich jetzt gleich. Warte, oh, scheiße, schnell die Bombe wegpacken. Geht man da eigentlich selbst? Ja. Das ist eine richtig geile Jihad-Bombe. Das ist mal richtig fun. Ja, lol. Warum hat den abgeknallt? Random Kill. Das ist alles wie Random Killer, ey. Nanananananananananana! Mach mal, mach mal, mach mal. Ja, ja, gleich, warte mal. Ich muss so ein paar drin haben. Das Geräusch ist so geil, eigentlich. Man, nein. Der Typ hat was, der will was von mir. Hab ich das Gefühl. Weil der mich so die ganze Zeit anguckt. Warte, warte, da sind ein paar, da sind ein paar, da sind ein paar. Ja, ja, das sind vier Stück. Der andere kommt auch hoch. Oh mein Gott. Oh nein. Geil, Mann. Geil. Ist die Musik Lizenz frei? Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Oh, ich liebe diese Jihad-Bomb, die kann ich so gut leiden. Ja, vor allem das Geräusch liegt. La, 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 la. Ba, 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 ba. Da habe ich echt nichts gegen. Roundover. Ist das jetzt eine neue Map? Äh, nein, das ist jetzt immer die gleiche Map. Also was heißt die gleiche Map? Manche Maps ändern sich. Du musst aufpassen, ab 600 Kama wirst du Auto gekickt, ne? Das ist 600 Kama? Ja, wenn du 600 Kama hast, dann wirst du gekickt. Aber das Design gefällt mir. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn ich einfach random killed werde. Ja, das stimmt ja. Loil, was habe ich denn jetzt gemacht? Warte, die M16. In meinen letzten Episoden habe ich auch nur fast mit der gespielt. Wo steht denn da, was ich bin? Ach, Preparing steht noch. Ja, genau, Preparing. Ja, 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 ja. Bei uns ist das noch das alte Design da. Ha! Ich bin in der Schicht, dann wieder. Innocent. Ich habe nur noch 84. Ich werfe einfach mal eine random Granate. Die ist Kombo. Loil, Mann. Ich werde von irgendjemandem immer weggepusht. Und es leckt gerade ein bisschen bei mir. Wir sind übel zu viel auf dem Server, ey. Bei mir leckt es nicht. Ja, ja. Bei mir nicht. Bei mir leckt auch gerade die Aufnahme. Stopp. Ach, da bist du ja. Ich bin direkt hinter dir. 3, 3, 350 FPS. Bei mir sind es gerade 60 FPS. Sehe ich gerade. Magnetostick. Warte, es gibt hier so einen Geheimgang. Ich habe das Gefühl, ganz böse Gefühl, dass dieser Mondo Pando, äh, Innocent ist oder so. Was macht der Magnetostick? Was macht der Magnetostick? Ja, das hat er gerade eben mit einer im Chat geschrieben. Was macht der Magnetostick? Der ist Sachen hoch eben, oder? Sagen wir ihm. Kann man so Musik machen? Hat einer gerade Musik gemacht? Ich baller so ein bisschen random rum. Nicht, dass du gleich denkst, ich bin, äh, Traitor oder so. Ja, ja. Ich weiß ganz gut, wie alle so ist. Bei mir ist der Mausbrater. Bette Smobsy ist bei mir. Wenn der mich umbringt, dann ist es ja. Okay. Soa ist es, Soa ist es, Soa ist es, Soa ist es, Soa ist Traitor, Soa ist Traitor. Der hat Bombe in der Hand, der hat, die hat Bombe in der Hand. Soa ist es. Soa ist so ein... Wo ist der? Wo ist der? Ah, ah, der läuft da durch. Ah, Ma-Maut, Ma-Mausbrater ist auf, Mausbrater ist auf. Okay, Aber Traitor, Aber Traitor... Ey, nein, hört auf zu schießen, Mann! Ey, seid so dumm, Alter. Aber Traitor hat eine Bombe in der Hand, weiß Bescheid, ne? Ihr verliert so Karma, Alter. Loll, Aber Innocent. Aber Innocent hatte eine Bombe in der Hand, wie geht das? Keine Ahnung. Soa, auf jeden Fall, solltest du mal gucken, äh, ich hab gesehen, du hast, äh, spielst ja, wie gesagt, auf dem PC, äh, Videos in 1080 Pixel wären ganz nice. Ähm, was mir auch gefallen ist, äh, mein, äh, meine Stimme irgendwie ist irgendwie so total laut, wie wenn ich total nah mein Mikrofon wäre, war ich aber nicht. Äh, vielleicht solltest du mal vorhin ein bisschen abstimmen. Deine, äh, Tonqualität ist sehr gut, wie gesagt, Videos sind gut, ähm, gefällt mir auch, äh, solltest du nur halt mal an der Qualität schrauben und auf jeden Fall bei deiner Kanal, äh, Beschreibung sehr viel ändern. Das Avatar-Bild muss geändert werden, auf jeden Fall. Und das war die Kanalvorstellung von dem Joey HD und ich würde sagen, macht's gut, bis zur nächsten Kanalvorstellung, euer MH2605, danke fürs Einschalten, ciao.